Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Es ist März 2020 und wir stecken in Deutschland mitten in der Coronavirus-Pandemie, beziehungsweise wahrscheinlich stecken wir noch gar nicht mittendrin, sondern in den nächsten Monaten wird sich dann noch herauskristallisieren, wie schwer es uns wirklich treffen wird. Und viele, vor allem Schwangere, haben natürlich jetzt die große Frage, ist das irgendwie gefährlich in meiner Schwangerschaft? Wie läuft es unter Geburt ab? Darf mein Partner zu der Geburt? Wie ist es danach? Bin ich positiv getestet? Mein Kind positiv getestet? Darf ich bei meinem Kind bleiben? Darf ich überhaupt stillen? Viele Fragen, die aufkommen, die auch logischerweise noch nicht hundertprozentig geklärt werden können. Aber es gibt eben kleine Fallzahnbeobachtungsstudien auch aus China und umgebenden Ländern, wo man auch die Schwangeren beobachtet hat, was passiert quasi, wenn sie positiv getestet sind etc. Wir klären heute mal ein paar Fragen. Die meisten Fragen sind bei der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe bereits in einem FAQ geklärt worden und auf die beziehe ich mich heute sehr. Aber es sind auch ein paar Fragen dabei, die von euch persönlich kommen via Instagram oder Facebook. In diesem Sinne starten wir mit Frage 1. Eine der meistgestellten Fragen ist sicherlich, bin ich jetzt als Schwangere in dem Risikokollektiv mit drin? Bin ich gefährdeter als andere Menschen? Gerade im Hinblick auch auf Influenza, wo man ja weiß, Schwangere haben einfach ein verändertes Immunsystem und sind anfälliger auch. Und vor allem die Verläufe der Erkrankung sind schwerwiegender als bei normalen nicht schwangeren Menschen. Da hat man natürlich den Verdacht gehabt, okay, wenn das bei Influenza-Virus so ist, warum sollte es nicht bei Coronavirus auch so sein? Die gute Nachricht ist, die schwangeren Frauen, die sich angesteckt haben, haben auch nur leichte bis milde Symptome gezeigt. Sprich, die zählen quasi zu dem Kollektiv, zu denen auch junge Menschen ohne Vorerkrankung zählen. Die haben nur leichte und mittlere Symptome. Die schlechte Nachricht ist, es gibt natürlich wenig Fallzahlen. Es sind momentan 35 Frauen beschrieben, schwangere Frauen, bei denen Symptome beobachtet wurden und das auch nur leicht oder mild. Aber viele schimpfen natürlich auch die nicht vorhandene Datenlage. Aber ich sage immer, es ist natürlich besser, man hat jetzt diese 35 Frauen, die eine milde bis leichte Symptomatik haben, wo keine Komplikationen aufgetreten sind, als jetzt 35 Frauen, bei denen es schwere Verläufe gab, bis hin zu Krankenhausaufenthalten. Also, wir haben wenig Daten, ja, aber die Daten, die wir haben, sehen gut aus. Und die zweite große Frage ist natürlich, wie kann ich mich davor schützen? Und das stellt sich natürlich nicht nur die schwangere Frau, sondern wir alle stellen uns diese Frage. Aber es gelten für die Schwangeren dieselben Regeln wie für die nicht schwangeren Menschen ohne Kugel. Wenn man Hygienestandards einhält, sprich regelmäßiges Händewaschen, Abstand halten, die Niesknigge, haben wir alle schon zur Haufe gehört jetzt hier in Deutschland, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, auch als geringer anzusehen. Also Hygienemaßnahmen, Händewaschen, alles das, was dazu gehört, gilt auch für Schwangere. Jetzt bin ich positiv getestet worden. Was bedeutet das jetzt für mich, für meine Schwangerschaft und vor allen Dingen für mein Kind? Wenn du positiv getestet bist, dann verfällst du erstmal nicht in Panik. Wir haben gehört, leichte bis milde Symptome sind bis jetzt bei einer Schwangeren beschrieben. Heißt aber auch für dich, du bist jetzt erstmal in der Isolation. Und da ist auch ganz wichtig, definitiv deine Ärzte anzurufen. Das sind zum einen deine Frauenärzte, die dich betreut haben, auch dein Hausarzt, die dich auch auf das Gesundheitsamt verweisen werden. Auch da musst du anrufen, dass du gemeldet wirst und die werden dir auch weitere Schritte dann erklären. Du bist aber jetzt erstmal in Isolation. Für dich und dein Kind bedeutet das erstmal nichts. Denn wir haben gesehen, bei den wenigen Frauen, die wir untersuchen konnten, dass es offensichtlich keine vertikale Transmission, also keine vertikale Übertragung auf das Kind gibt. Heißt, über den Mutterleib, über die Plazenda wird der Virus offensichtlich nicht auf das Kind übertragen. Weshalb jetzt auch noch keine vermehrten Fehlbildungen oder auch Frühgeburten beschrieben worden sind. Ist erstmal per se eine gute Nachricht. Es gibt auch noch keinen Hinweis darauf, dass eine Kaiserschnittentbindung Vorteile gegenüber einer vaginalen Entbindung hat. Auch da ganz normales Prozedere so, wie du es dir wünschst und so, wie es mit dir auch besprochen wurde. Was passiert mit meinen ganzen vorgeburtlichen Terminen, die ich so hatte? Sei es der Geburtsvorbereitungskurs, der Yoga-Kurs, auch ein Rückbildungskurs. All das muss man überlegen. Was passiert mit diesen Terminen? Die können jetzt erstmal nicht wahrgenommen werden. Das ist tatsächlich ein großes Problem, was jetzt gerade auch aufkeimt. Die abgesagten Geburtsvorbereitungskurse. Viele Paare möchten sich einfach vorbereiten auf die Geburt und können es jetzt nicht, weil die Kurse abgesagt sind. Es gibt nur wenige Online-Kurse. Ich zum Beispiel habe ja auch einen Online-Kurs angeboten, den ich jetzt auch im Rahmen dessen reduziert habe. Einfach, dass es für die Krankenkassen noch attraktiver wird, diese Kosten auch zu übernehmen. Aber das ist die gute Nachricht dabei. Die meisten Krankenkassen lassen jetzt wirklich mal fünf gerade sein und sagen, okay, wir übernehmen jetzt auch die Online-Geburtsvorbereitungskurse. Deswegen könnt ihr gerne auch mal auf meiner Website vorbeischauen. Verlinke ich euch unten und euch da umschauen. Eine Online-Geburtsvorbereitung ist natürlich nicht diese soziale Interaktion, die man so kennt, aber wenigstens das Wissen und die Tipps und Tricks bekommen und dann gut vorbereitet sein auf eine Geburt ist, glaube ich, essentiell. Dasselbe gilt natürlich jetzt für etwaige Yoga-Kurse, Aquagymnastik, was es alles gibt, ist jetzt erstmal für dich, wenn du positiv getestet bist, nicht möglich. Und by the way, wir befinden uns in Deutschland eh gerade in der Phase, wo alle Veranstaltungen, sei es der kleine Geburtsvorbereitungskurs mit 15 Frauen oder aber das Riesenfestival abgesagt werden und nicht empfohlen wird, sich in größere Menschenmassen zu begeben. Deswegen kommt jetzt eh kein Geburtsvorbereitungskurs in Frage, selbst wenn du jetzt negativ wärst oder keine Symptome hättest etc. Was passiert jetzt, wenn du in der Isolation bist und Wehen bekommst oder einen Blasensprung? Was machst du dann? Dann ist der Anruf ganz, ganz wichtig in der Geburtsklinik. Unabhängig davon wird ich, wenn ich jetzt positiv getestet bin, auch schon vorher die Geburtsklinik, wenn es denn eine gibt, vorher informieren. Sagen, okay, ich bin jetzt positiv, ich habe in den nächsten zwei Wochen meinen Entbindungstermin. Es könnte sein, dass ich auf euch zukomme, dass die einfach schon das auf dem Schirm haben, denn die müssen sich darauf vorbereiten und die sind vorbereitet und haben auch ihre Räume und ihre Isolationskreissäle, die es dort gibt. Aber es ist ganz wichtig, dass man weiß, wie viele Frauen könnten uns denn dort treffen. Und deswegen ist der erste Anruf natürlich Geburtsklinik sagen, ich habe jetzt einen Blasensprung und die ersten Wehen sind auch da. Ich werde dann vorbeikommen. Auch die haben dann natürlich schon Schritte und Maßnahmen für dich parat. Sagen, okay, wir müssen dann einen Krankentransport bestellen, der auch darauf vorbereitet ist und dann quasi isoliert in den Kreißsaal zu kommen. Also da hängt ein riesen Rattenschwanz mit dran. Wichtig sind, die Kommunikationskanäle offen zu halten, eben die beteiligten Leute alle zu informieren. Kann ich jetzt, wenn ich positiv getestet bin, dieses Virus auf mein Kind bei der Geburt übertragen? Prinzipiell und theoretisch könntest du das bei den 20 Frauen, die man jetzt beobachtet hat, die jetzt geboren haben, ist dies nicht passiert. Die Kinder sind da nicht positiv getestet worden. Aber wir wissen viel zu wenig über dieses Virus, als dass wir jetzt hundertprozentig sagen könnten, passiert nicht. Könnte passieren, es ist unwahrscheinlich, aber wäre möglich. Weshalb? Und das ist auch eine Frage, die ich jetzt vorwegnehme. Das Kind auf jeden Fall auch getestet wird. Diese Tests sind jetzt nicht schlimm, das sind jetzt keine großen Bluttests, sondern es sind in der Regel Abstriche, die einfach aus dem Nasen-Rachen-Raum gemacht werden und dann ins Labor geschickt werden. Also keine schlimmen Tests jetzt an euren Kindern, sondern einfach, wie bei euch auch, ein Abstrich-Test. Kind ist geboren, alles ist gut, ich bin positiv getestet worden, kann ich jetzt bei meinem Kind bleiben oder werden wir getrennt? Ja, du kannst bei deinem Kind bleiben, wenn das dein Wunsch ist. Und man muss natürlich auch immer über Risiko und auch Vorteile sprechen, denn so eine Mutter-Kind-Beziehung beziehungsweise diese körperliche Nähe ist extrem wichtig, wird immer unterschätzt, extrem wichtig fürs Kind auch. Also muss man auf jeden Fall mit dir darüber gesprochen haben. Wenn du es wünschst, bleibst du bei deinem Kind. Es gibt spezielle hygienische Maßnahmen, die jetzt eingehalten werden müssen. Auch da würde ich dein geburtshilfliches Team und das neugeborene Team natürlich entsprechend informieren. Wir reißen das gleich auch nochmal kurz an. Aber Stand jetzt, wenn es dem Kind gut geht und keine Symptome hat, darfst du auch bei dem Kind bleiben. Kann ich mein Kind überhaupt stillen, wenn ich positiv getestet bin oder übertrage ich es über die Muttermilch auf mein Kind? Bis jetzt, was wir gesehen haben, ist der Virus nicht in der Muttermilch. Sprich, ja, du kannst dein Kind stillen unter speziellen hygienischen Maßnahmen. Heißt, Hände waschen vor und nachher am besten und das gilt auch für das Verbleiben beim Kind mit Mundschutz, damit man diese Tröpfcheninfektion, die ja ab zwei Metern Körpernähe sehr, sehr wahrscheinlich ist, minimiert. Also Mundschutz, Hände waschen, da auch die hygienischen Maßnahmen einfach noch strikter befolgen, die es generell schon gibt. Dann kannst du bei deinem Kind bleiben und es auch stillen. Es ist bis jetzt nicht nachgewiesen, dass irgendwo das Virus in der Muttermilch ist und gegenüber steht diese wahnsinnig vielen Vorteile, die das Stillen für das Kind und das Immunsystem auch bringen. Kann mein Partner mit zur Geburt? Momentan ein riesiges Thema bei Instagram. Ich kriege, glaube ich, täglich bestimmt 50 Fragen. Einfach nur deswegen kam mein Partner mit und ich kann es euch nicht sagen, denn es ist total individuell von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Wir hier in Kassel haben zwei Kliniken, wo es noch erlaubt ist und wo es auch maßgeblich wichtig ist, dass der Partner mitkommt und in den meisten Kliniken, ich sage mal zu 80 Prozent, ist das auch noch so der Fall. Auch zum Beispiel vom Hebammenverband empfohlen, dass der Partner mitkommt. Kann man sich ja schon logischerweise drüber nachdenken, dass so ein Partner extrem wichtig ist, auch bei der Geburt und deswegen machen viele Kliniken das möglich, aber sie reduzieren natürlich zum Beispiel, können da jetzt nicht Oma und Opa gucken gehen oder irgendwelche anderen Angehörigen, sondern sie reduzieren das wirklich auf den Partner, der dann meistens auch auf der Wochenbettstation, wenn das Kind dann da ist, nicht mehr dabei sein darf, um da einfach ein Infektionsrisiko zu minimieren. Aber das erfragt ihr bitte auch in eurer Geburtsklinik oder wo auch immer ihr hingehen wollt, ob das möglich ist. Ich kann euch pauschal kein Ja oder Nein Antwort geben. Hier in Kassel und Umgebung, ja, der Partner darf mit, aber das gilt nicht fürs ganze Land. Grundsätzlich sind das die Fragen, die so an mich herangetragen wurden über die sozialen Medien. Natürlich schon in der Schwangerschaft viele Unsicherheiten, viele Fragen, auch was Kinderwunsch angeht. Sollten wir es jetzt probieren, Ja oder Nein? Bis jetzt ist der Stand, ja, werdet schwanger. Auf jeden Fall. Ihr habt jetzt Zeit. Ihr seid jetzt auf jeden Fall in einer guten Ausgangslage. Die meisten verbleiben jetzt hoffentlich auch zu Hause, um da andere auch zu schützen und haben Zeit. Und klar, warum solltet ihr den Kinderwunsch jetzt nicht auch verwirklichen? Es gibt momentan überhaupt keine Gründe, warum man das nicht tun sollte. Frühschwangere kommen oft auf mich zu sagen, ja, jetzt bin ich ganz verunsichert, siebte, achte Woche, kriege ich jetzt eine Frühgeburt, eine Fehlgeburt. Die Datenlage sieht momentan nicht so aus, als ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Deswegen, versucht einfach die Daten, die wir jetzt haben, als positiv anzusehen. Es sind wenige, aber die, die wir haben, sind eben so, dass es offensichtlich nicht so wild ist für die Schwangeren. Und klar, Riesenthema, Geburt, Geburtsvorbereitung. Da kriege ich wirklich auch täglich unendlich viele Nachrichten. Und für meinen Geburtsvorbereitungskurs für beide, wo auch der Partner mit eingebunden ist, habe ich jetzt 20 Prozent gemacht. Man kriegt lebenslangen Zugriff und die Kassen übernehmen gerade fast alles. Und deswegen fand ich das einfach eine super coole Sache. Die Kassen werden noch so ein bisschen gelockt, dass es günstiger ist. Und beide haben was davon. Und das auch ein Leben lang. So haben wir, glaube ich, ein gutes Gesamtpaket. Ich habe auch noch einen Podcast, Geburtsvorbereitung, wo ich auch noch viele andere Dinge anspreche, Atemübungen etc. Also das zusammen. Bereitet euch schon gut auf die Geburt vor und beruhigt euch hoffentlich in der Hinsicht, dass ihr jetzt euren abgesagten Geburtsvorbereitungskurs ein bisschen ersetzen könnt in dem Sinne. Geburt, klar, der Partner, Riesenthema, haben wir schon gehabt. Kann er mit, kann er nicht mit. Klärt das bitte mit euren Kliniken im Voraus, dass ihr euch auch mental so ein bisschen darauf einstellen könnt. Wenn ihr alleine entbinden solltet, ist das nicht optimal, sind wir uns einig. Aber auch noch kein Weltuntergang. Ihr schafft das auch ohne Partner. Wenn ich noch irgendwelche Fragen vergessen habe, dann postet sie bitte unten in den Kommentaren. Ich versuche das auf jeden Fall anzunehmen und auch zu beantworten, wenn da noch Fragen offen geblieben sind. Ansonsten wünsche ich uns allen eine gesunde Zeit und eine gesunde, schwere Zeit. Versucht immer auch neben den ganzen negativen Aspekten das Positive mitzunehmen. Wir versuchen das hier zu Hause auch. Wir haben jetzt wahnsinnig viel Zeit mit der Kleinen und wir nehmen das so an und sehen das nicht als zusätzliche Belastung, sondern irgendwo auch als positiv und schön. Klar, es hängen da mega viele Existenzen dran. Brauchen wir auch gar nicht drüber sprechen. Wir sind hier in der Familie auch betroffen. Aber es ist eine Zeit, die vorüber geht. Der Punkt ist natürlich, wann geht sie vorüber? Sie wird vorüber gehen. Wir werden es schaffen und wir werden ein paar Verluste irgendwo mitnehmen müssen. Aber und so sieht es momentan aus. Die Schwangeren sind da nicht betroffen. Ich wünsche euch allen viel Gesundheit. Bleibt zu Hause. Meidet Risikogruppen und meidet überhaupt große Menschenaufkommen. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao. Bis zum nächsten Video.